Mirko, kannst du mal eben... Ich glaube, ich habe hier in einem dieser Tunnel... Ich spüre, ich weiß, warte mal... Hier soll sich ein altes, uraltes Relikt befinden, das heute gar nicht mehr genutzt wird und Zeichen einer außerirdischen Intelligenz ist. Komm mal ruhig ein bisschen näher runter, damit der Zuschauer das auch sehen kann. Boah, warte! Liebe Zuschauer, die sind live dabei. Vorsicht, vorsichtig, vorsichtig, dass die Mauer mitkommt. Boah, das ist aber wirklich alt. Guck mal, sieht aus wie ein iPhone, nur halt irgendwie anders und schlecht. Hat es denn noch Akku? Es hat noch Akku, damit muss es aus der Zeit vor Apple stammen. Das muss natürlich sehr alt sein. Gibt es da schon Menschen? Das werden wir nie erfahren, aber wir werden uns auf den Weg begeben, um für euch rauszufinden, zu sehen, wie das hier alles miteinander zusammenhängt. Bleibt dabei! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.